was für Dinge Burning Skull äh Enter Regeneration WTF ich bring mal ein paar Augen mit oh fuck ich hab vergessen Potion zu kaufen ah nochmal zurück Prozent 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 Amos und so mitnehmen Prozent brauchen wir wir haben wir schon auch den Amos wir haben wir schon Amos Halt die Fresse Prozent wir haben auch nur aber nicht wir haben Amos okay Wieso kriegen die Burning Skulls nur aber mit der Axt kann ich den ordentlich damit schmecken und schon wieder ein Stern wie viele Sterne hast du? Zwei Stück halt ich glaube ich Was? Nein Tom Sie haben eine üble Defense diese Augen Tom hast du schon dein Mana Krystal? Nee noch nicht aber ich habe so ein Ding äh 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 live Regeneration bekommen Achso ein Band Prozent genau Mann ich finde das so kass Ah ich bin gestorben verdammt Fallschaden nicht Depp Statt hier auch irgendwelche Items zu finden nein ich gammel hier ganz rechts rum Geil Ach das Bett ist jetzt da Das Bett ist da Das Bett ist da Ja aber ich trau mich trotzdem nicht meinen Mirror zu benutzen Ja für dich ist das Bett wahrscheinlich sowieso nicht erreichbar Ja 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 Das witzige ist die Zombies anstatt das auch können Ich habe jetzt drei Sterne Du hast vier oder ähm Er heißt Clemy Ja Ich weiß Hast du vier? Wir haben Sterne Ich hab die alle abgelegt Insgesamt sind jetzt so zwölf oder so rum Ich geh nochmal runter in den Dungeon Versuch mein Geld zu finden Ich hab noch einen Stern Nein Nice Bin ich wenigstens nicht ganz umsonst hierher gelaufen Leute sind die Soul Eater Dinger hier auch schon Die sind nur bei wenn irgendwo Corruption ist Ok und das bedeutet? Dass da irgendwo nur Corruption in der Nähe ist Das ist ja schön Das ist ja schön Das ist ja schön Das ist ja schön Das wird wieder hell Es kommen die nervene Schleime wieder Es kommen die nervene Schleime wieder Diese Stelle Boah es ist es ist es Ich muss sich ja voll konzentrieren Wo drauf Nicht krepiert Geh mal das Gold her Und Mirror Boah Vielleicht bin ich da Wo hoch Geil Neuro Oh ich hab extra für dich mitgebracht Dann kann ich einverkauf Lol Was ist da jetzt so ein Eater of Soul bei uns oben? Weil irgendein Spaßvogel Corruption gepflanzt hat Ah ne wegen dem Gestein hier Das Gestein ist von dem Dingens Von der Corruption Das darf da nicht sein Oh dann mach ich das mal weg Ich hab das auch ins Haus gesetzt ne Ja sehr gut Wir können doch Bücherregale machen theoretisch Und praktisch? Auch Praktisch könnten wir es auch sein lassen Nö Die sind wichtig So kannst du mir dann gleich die ganzen Dinger geben die du hast Die ganzen Sterne Ja bitte Ja Oh ja Donnie Ja Gif Ben Ich hab nicht mehr wie vorher Doch Gip her Ich hab dich schon abgegeben alter Oder die sind grad verschwunden Ach da müssen wir ab jetzt die immer in Kisten legen Nicht so Weil beim Wegwerfen können die auch einfach mal verschwinden Ja die sind glaube ich gerade verschwunden weil es Tag ist Ja genau weil es Tag ist Hooray es freut mich Ich leg in die mittlere Kiste mal die Sterne Ich hab mal einer Potion Ich hab mal einer Potion die leg ich auch mal da rein Ich hab auch mal eine Potion Ich hab auch mal einer Potion Ich hab auch mal einer Potion Ein bisschen Oben mal diese Lampen da rein. Sollen wir wieder in den Dungeon? Ja sicher. Nicht mal langsam nach unten. Nein, in den Dungeon. Äh, die ganzen Räume brauchen noch Tische. Sonst kannst du noch so lange warten auf deine NPCs. Das Problem ist das Holzprobleme und so. Achso, ich hab unterwegs nichts abgebaut. Ich kann mir nur vier Tische bauen. Warte mal, das ist ein Tisch drei breit. Nein, zwei. Der ist tatsächlich, nee, der ist... Ah ja, stimmt. Linkes Bein mit, äh, rechtes Bein. Kommst du mir auch und hilfst? Und was? Ich bin grad am Überlegen, die mittlere Kiste da wegzumachen und irgendwie auf ne Plattform zu stellen. Naja. Weil das ist so ätzend, immer außen herumzulaufen. Hat sich mir helfen, ich kann... Ich hab kein Holz. Aber warte, blaue Kerze hab ich auch in Truhe getan. Oder hast du die da her? Holzwand. Machen wir auch mal hier unten. Haben wir hier immer noch Glas? Ja, neun Glas hab ich noch. Ja, rein theoretisch müssen wir uns noch einige Sachen craften. Ja. Sieht auf jeden Fall schon viel netter aus. Wow. Da hast du recht, ich hab kein... Clemy, was machst du da? Äh, mich, ich hab glaub ich einen Fehler gemacht. Oh, wenn du das hast. Wie so ist ein Fehler gemacht? Mhm, ich hab einen kleinen Tunnel nach unten gegraben und bin jetzt direkt im Tempel, beziehungsweise in Dungeon gelandet. Und was genau daran? Ist jetzt ein Fehler? Äh, dass sich durch den Dungeon durchgraben muss. Ich hab Dynamit. Okay, ich auch. Okay, das ist der Nachteil an der Scheißkugel. Die ist viel langsamer und beim Runterfallen ist das ein bisschen kacke. Achtung, Dynamit. Weg da. Na, super. Äh. Das ist grad gepackt. Nee, stimmt. Ich glaub, seit dem Update kann man das nicht mehr mit Dynamit entfernen. Äh, Spikes. Ein bisschen ungünstig. Ach, die gehen schon kaputt, ich mach die Mitte. Ja, dann dürfen wir aber nicht komplett alles wegmachen. Moment. Lass einen, einen Block üblich, damit wir eben die Spikes entfernen können. Kann man nicht entfernen. Ja, doch mit dem Hammer. Echt? Okay. Echt? Okay. Echt? Okay. Ah, toll. Ein Hammer ist der Beste. Geh mir nicht auf den Sack. Echt? Die Spikes entfernt. Die Augen musst du mit dem Megahammer machen, dann stelle ich dir aber einen. Komm mal runter und helf mir hier. Ich bin hier alleine. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo es hier endet, deswegen müssen wir Fackeln aufstellen. So als kleinen Warnhinweis. Achtung, du stirbst gleich. Die Dinger müssen wir mit dem Hammer zerstören. Die Augen, die haben eine übelste Defense. Ich geh nicht hier durch den Gang durch. Alter, die Spikes ziehen ja viel. Ich erkund einfach mal den Benutzer nach meinen Dingen, um wieder rauszukommen. Alter, was ein Scheiß. Ich bin hier unten nur am Dauerverdrecken, ey. Oh, ich lagere mein Geld mal in die Thronen. Uff, knapp. Ja, ich hab unten jetzt ein paar Fackeln geplaced. Okay. Brauchen wir noch einen Ratsch, ey. Oh, man sollte sich nicht unbedingt an die Spikes run grabben. transferring auf die Kanzler zu gehen. Wir sind echt Helden. Ich will einen Schlienge gehörten. Hast du deinen Spiel? er gibt man spiegel ich dachte jetzt ist ein nach jetzt klar ich gehe längst da was wesentliches DUNGEON! Ich würde auch so einen Lichtball machen. Ja, der ist schon praktisch. Wieso seid ihr bald gleichzeitig slain? Weil ich Idiot Fallschaden genommen hab. Schnapp dir mal mein Geld. Geh da mal runter. Außerdem müssen wir da irgendwie mehr Leute, wie nur die Nurse bekommen. Maaan! Ficken! Das verlier ich jedes Mal Gold. Ich hab doch mein ganzes Gold schon abgelagert. Weil ich übelst viel drogen. Das kann natürlich auch... Ja ich hab jetzt jetzt diese Dinger nur einen Schaden. Da sind übelste die Fenster und da muss ich...